So, tatütata, der Daniel aus der Schweiz ist schon wieder da. Okay, ihr hört, ich bin gerade ein bisschen heiser und so. War ein fettes Wochenende mal wieder. So, hinter mir seht ihr da mein kleines Dörfli direkt am Zürichsee, Alter. So, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es, denke ich, mal im Frühling immer so aussehen wird. Zieht euch das mal rein, Alter. Das ist der fette Zürichsee, Alter. Zieht euch das mal rein, wie geil ist das denn, Alter. Scheiß auf Deutschland, Mann. Zürich ist der Hammer. Voll geil hier, Mann. Hier unten sind die Gleise. Und da ist direkt der fette Zürichsee, Alter. Die teuerste Wohngegend in der Schweiz. Wie geil ist das denn, Alter. Da gegenüber, das nennt man Silberküste. Da wohnen nicht ganz so reiche Menschen wie hier. Und hier auf meiner Seite, wo ich wohne, das nennt man Goldküste. Das ist die teuerste Wohngegend hier. Und dann gibt es noch eine Bronzeküste, die ist aber da hinten irgendwo. Bei Altendorf und so. Auf jeden Fall ist es doch fett, ey. Denn, jo, Alter. Okay, dann sag ich mal, man hört sich wieder. Daniel rocks Zürich, Alter. Und dann sag ich mal, peace, bis dann, ne. Ciao.